Hier! Laub aus den Forsten hier mit hoch! Das ist richtig durchgestückt. Mit Leverbrust und Salami. Meinst du? Auch da mal eine reise Füße! Weißer Magnet in den Streit hoch. Kann sie machen, was du willst. Frau, das ist Papagei. Ja, das sieht doch gut aus. Na, koste was, es gibt alles keine Rolle. Welches nimmst du denn? Ja? Welches T-Shirt nimmst du denn? Einmal, zweimal, zweimal. Soll steht ja auch noch ausschütteln? Ich weiß nicht, was da drin ist. Lass dich mal überraschen. Schüttern. Erstmal rufkriegen vorladen. Ich weiß auch. Hier. Welches Hemd du von Bosch hat? Ja. Und dann wär's nipps. Und Pulli, weil's hier so kalt ist. 36 Grad im Shuttle. Ja. 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 Ich kämpf mit den Nadeln. Ja. Hier ist auch schon ein Knopf. Die Löcher sind ein paar Millimeter entfernt vom Knopf. Hinten auf Drück, Schatz. Graf, graf, graf. Äh. Gut. Graf weg. Zeig dich mal von der Seite. Warte mal. Zeig nochmal. Graf weg. Ja. Ja. Graf weg. Oh. Oh. Wow. Ha. Oh. 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 Hahaha. Wollen wir noch Kaffee trinken oder was hier? Oder machst du sowas nicht? Ah, tiefe Sehne hat er. Das würde ich alles nicht glauben. Und ich stelle mich jetzt auch noch aus der Einfläche zur Verfügung. Ehh, one coffee? Ja. Die Batterie ist leer. Trägt mal deinen Bauch richtig raus. So wie sonst weiter. Sonst hast du einen dickeren Bauch. Und du auch. Hups, ja. Drehst du mal um, mal deinen Bauchnabel. Ahhhh. Hup, ha 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 ha. Hup, ha 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 ha. Hup, ha 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 ha. Hupher. Hupher und Hupher. Vielen Dank. 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 Ein Virus. Ein Virus. Oh Gott. Ein Nazi-Virus. Das ist ein Nazi-Virus. Siehst du das? Ach du meine Güte. Das ist ein Nazi-Virus. Das ist ein Nazi-Virus. Das ist ein Nazi-Virus. Stell doch mal hier an den Ansteller Schaf, das muss man nicht rauslassen. Schaf, das muss man nicht rauslassen. Glaubt dir keiner? Langweilig hier. Thorsten war mal das Gesicht gerade und du warst zum Morpher mit ihm immer so schütt. Gerade. Gut. Ja. Ja. Gut. Muss mal zum Zahn sein. Jetzt sehen die hier vorne, ich stehe mir jetzt. Ah, da putzt Schuhe. Ich verstehe es nicht. Gut. Prost. Warte, schau die Kamera da. Was ist denn los? Na? Ich muss da was machen. Ich will Frauen aufnehmen mit einem Sprich. Na? Frauen, Frauen, Frauen. Segar keine. Wo sind Wälte? Wo? Ich wollte ihm eigentlich noch schreiben hier, dass er sich hier die Haxen enttrefft soll. Das bin mir auch noch so. Das blöde ist immer, dass er damit knöpft. Ne, das war früher gewesen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020